Teil 11, Kapitel 10 Allein unter Männern Da musst du jetzt durch, meinte Malfoy zu ihr, als er die Umkleide betrat. Hermine folgte ihm zögernd. Sie ließ sich beim Umziehen so viel Zeit, wie sie konnte, ohne dass es auffallen würde. Unwohl schälte sie sich aus dem Quidditch-Umhang und ließ ihn auf die Bank vor ihr fallen. Aus dem Augenwinkel konnte sie sehen, wie Malfoy sich ebenfalls entkleidete. Sie spürte, wie ihr Herz schnell schlug und versuchte zwanghaft nicht in seine Richtung zu schauen. Die anderen Teammitglieder verschwanden in der Dusche und schließlich waren nur noch Malfoy und Hermine als Nachzügler vor ihren Spinden. Wirklich, entspann dich mal. Blaze ist nie so angespannt, wenn wir nach dem Training duschen. Und so schlimm muss der Anblick von sechs gut gebauten Slytherins nun auch wieder nicht sein. Also reiß dich zusammen. Zischte Malfoy zu, als er sich splitterfasernackt sein Handtuch schnappte und in Richtung Badezimmer lief. Hermine war geschockt. Nicht wirklich von seinem Anblick, sondern eher davon, dass er keine Skrupel hatte, sich nackt vor ihr zu zeigen. Leider hatte sie nicht die Chance gehabt, sich seinen Körper genau anzuschauen. Hermine schüttelte ihren Kopf und versuchte, alle Gedanken an Malfoy auszublenden. Es war in dieser Situation doch mehr als unpassend. Allgemein wollte sie eigentlich nicht so an ihn denken. Sie seufzte und war sich sicher, dass dieser Körpertausch für immer in ihrem Gedächtnis bleiben würde. Hoffentlich könnte sie irgendwann mal ihren Enkeln belustig davon erzählen. Mechanisch legte sie die letzten Kleidungsstücke von Sabini ab und fühlte sich mal wieder mehr als unwohl in der Haut des Slytherins. Schließlich konnte sie es nicht mehr weiter hinaus zögern und schnappte sich noch Sabinis Handtuch sowie sein Duschgel, welches sich in seinem Spind befand. Als sie die Tür zu den Duschen öffnete, kam ihr heißer Wasserdampf entgegen. Zum Glück stellte sie fest, dass einige schon fertig waren und ihr mit einem Handtuch um die Hüfte gewickelt entgegen kam. Hermine bemühte sich nicht auf die nackte Haut, die sich ihr präsentierte, zu starren. Sie hing das Handtuch an einem der dafür vorgesehenen Haken auf und fokussierte sich auf die Dusche in der rechten Ecke. Ihre Hände zitterten, als sie das Duschzeug auf die Ablage stellte. Abermals verfluchte sie sich dafür, dass sie in diese beschissene Situation gekommen war. Was bei Merlin hatte sie verbrochen, um so etwas zu verdienen? Sie fühlte sich so verdammt unwohl und beobachtet, dass sie sich nicht traute, sich von der Wand wegzudrehen. Vorsichtig drehte sie an dem Hahn, bis schließlich warmes Wasser über ihren Rücken prasselte. Sie schloss ihre Augen und versuchte einen Moment einfach das Gefühl der Wärme und des Lockerns ihrer verspannten Muskeln zu genießen. Als sie das Zuknallen der Tür hörte, zuckte Hermine erschrocken zusammen. Verspannt griff sie nach dem Duschgel von Sabini und gab sich etwas der Zehenmasse in die Handfläche. Der Geruch schreckte sie ab. Es roch einfach nach einem Mann. Normalerweise liebte sie fruchtige oder wenigstens blumige Düfte. Doch bei Sabini war alles herb, ohne große Abwechslung. Hermine versuchte wieder einmal, nicht so viel über ihre Handlung nachzudenken, als sie Sabinis Körper wusch. Schließlich griff sie sich auf das Shampoo und verzog bei dem Geruch wieder die Nase. Sie brauchte viel weniger davon und war viel schneller fertig als sonst. Hermine wollte schließlich nicht länger unter der Dusche verweilen und genoss nur noch einen kurzen Moment das warme Wasser. Dann stellte sie den Brauseknopf aus und schnappte sich schließlich ihr Handtuch. Als sie sich wieder zu dem Raum drehte, blieb ihr Blick an Malfoy hängen, der als einziger noch mit ihr im Raum war. Er stand mit dem Rücken zu ihr und spülte sich gerade sein Shampoo aus den Haaren. Hermine beobachtete genau, wie das Wasser an ihm herunterfloss. Schließlich blieb ihr Blick an seinem wohlgeformten Hintern hängen und Hermine spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. In diesem Moment drehte sich Malfoy um und Hermine zuckte erschrocken zurück. Da ist schon wieder dieser lüsterne Blickgranger. Malfoy strotzte nur so vor Selbstbewusstsein und Hermine war die Situation gerade mehr als peinlich. Sie trocknete sich nur behelfsmäßig ab und flüchtete dann aus der Dusche, ohne dem Slytherin noch einen Blick zukommen zu lassen. Die Umkleide war schon verlassen, was Hermine dazu veranlasste, einmal tief durchzuatmen. Das Bild würde sie wahrscheinlich nie wieder aus ihrem Kopf bekommen. Farik wühlte sie schließlich in den Sachen von Sabini und fand saubere Kleidung. Als Malfoy aus der Dusche kam, hatte sie sich schon komplett angezogen, Sabinis Haare getrocknet und wollte aus der Umkleide verschwinden. Bleib hier, Blaze und ich gehen eigentlich immer zusammen wieder zurück, stoppte Malfoy sie von ihrem Tun. Hermine ergab sich mit einem Seufzer ihrem Schicksal und setzte sich auf eine Bank mit dem Rücken zu Malfoy. Eigentlich wäre sie in diesem Moment gerne für sich alleine. Sie wusste nicht, wann sie das letzte Mal Zeit für sich hatte. Die ständige Anwesenheit von Malfoy bekam ihr auf jeden Fall nicht. Da sie schwiegen, konnte Hermine hören, wie Malfoy sich fertig machte. Etwas, was ihrer Fantasie nicht wirklich gut tat. Urquart hat mit mir gesprochen, brach Hermine die Stille. Und was hat er gesagt? Fragte Malfoy und klang dabei eher desinteressiert. Es gehen anscheinend Gerüchte in Hogwarts herum. Malfoy, die glauben, dass wir eine heimliche Beziehung führen. Also du und ich und nicht Sabini und du. Und dann gibt es noch das Gerücht, dass Sabini mehr als nur Freundschaft für dich empfindet. Sie hörte Malfoy lachen und warf einen Blick über ihre Schulter. Er schaute zu ihr, immer noch mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Es gibt doch immer bescheuerte Gerüchte in Hogwarts. Lass sie doch reden, es ist doch nichts dabei. Winkte er schließlich ab. Da er sich dabei sein Hemd zuknüpfte, drehte Hermine sich ganz zu ihm um. Er ist davon überzeugt, dass Sabini schwul ist. Ich denke nicht, dass ihm das gefallen wird. Meinte sie unsicher. Ach, so eng wird Blaze das nicht sehen. Er wird bei dir sicher auch noch einiges anstellen. Also reg dich nicht unnötig auf. Außerdem wird er wohl zeigen können, was seine Sexualität wirklich ist, wenn ihr wieder zurückgetauscht habt. Verblüfft schaute Hermine ihn an und nickte schließlich, obwohl sie sich bewusst war, dass er nicht zu ihr schaute. Er hatte recht. Wahrscheinlich würde Sabini sie auch noch einige Male schlecht dastehen lassen. Sie müssten sich wohl, wenn sie ihre Körper zurückgetauscht hatten, darauf konzentrieren, alles wieder auszulöffeln, was der jeweils andere ihn eingebrockt hatte. Aber wie kommen sie auf die Idee, dass wir beide eine geheime Beziehung führen? Fragte sie Malfoy dann. Keine Ahnung. Das würde mich allerdings auch interessieren. Sagte er und zuckte mit den Schultern. Sie beobachtete, wie Malfoy seine Haare mit einem Zauber trocknete und sie da nur etwas durchwuschelte, ohne sie wie sonst zu gehen. Hermine gefiel diese Frisur um einiges besser. Granger, dieser Blick. Kam es fast schon beiläufig von Malfoy und Hermine schnaubte auf. Also, was machen Sabini und du normalerweise nach dem Training? Fragte Hermine. Normalerweise trinken wir noch ein Butterbier im Gemeinschaftsraum. Ganz entspannt. Immerhin ist morgen erst das Spiel. Meinst du, du hältst es durch, das Spiel zu fliegen? Du weißt ja, dass es ziemlich lange gehen kann. Ich hoffe es. Eben lief es erstaunlich gut, aber ich glaube, es liegt nur an den Reflexen, die noch in diesem Körper sind. In meinem eigenen Körper kann ich auf jeden Fall nicht so mit einem Besen umgehen, sagte sie und stand abermals von der Bank auf. Dann werde ich mich umso mehr bemühen, den Schnatz schnell zu fangen, meinte Malfoy locker und Hermine nickte nachdenklich. Immerhin spielten sie nicht gegen Gryffindor. Die beiden liefen eine Weile schweigend zurück zum Schloss. Als sie die Eingangshalle durchquerten, konnte Herminia Ginny und ihren eigenen Körper erkennen. Perplex verengte sie ihre Augen. Ginny zog ihren Körper geradezu rabiert hinter sich her, während Sabini vor Schmerzen zu stöhnen schien. Was zum Teufel passierte da gerade, fragte sie sich und ging mit Malfoy in ihrer Seite zu den beiden, die sie offensichtlich gesucht hatten.